hallo und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und zwar den neuen folge mycroft rocket edition ja es sind endlich ferien und in den pfingst ferien fahre ich nach österreich sein fußballturnier und mit dabei ist nudelsalat der war auch beim video von mir auch schon dabei hier ja ist auf jeden fall nice weil der spielten in seinem team erstmals dort ich bin innenverteidiger und kapitän zwar immer mein traum in dem team captain zu sein und danke an meine trainer dass sie mir das ermöglicht haben man kann ich nicht sprinten wie ich kann man einen sneaken ich weiß nicht wie man einen sneaken kann zurück wie entsteht man denn hier das habe ich noch nie gemacht ich hab das spiel ist ja noch nicht lang kann man den end sneaken mich verarschen aber wenn man damit darauf drückt dann sneakt man ist gut dass ich das jetzt weiß oh man warum bin ich so dumm ich habe endlich diesen kreis weggebracht weil mir manager place gezeigt wie das geht danke dafür wenigen stein habe ich denn noch sieben stück ich habe noch mal mein höhlesystem mit meiner pickaxe das tut sehr weh das tut sehr weh das tut ja ich spiele gerne mit dem steuerkreuz das tut mir leid nicht so dumm brauchen ofen in der video beschreibung ich freue mich wenn man anschauen wird ich habe gesagt das ist eine video beschreibung sorry ist eine video beschreibung seht ihr auf meinem kanal wenn ihr mein kanal ist sorry meine video beschreibung bin noch vor ich soll nicht so viel andere youtube und die beschreibung mein kleines häuslein was man sich draus nennen kann ich brauche irgend holzkohle wenn ihr mal eine xxl folge minecraft wollt lasst dann mal rum da und schreibt es auf jeden fall in die kommentare dann sehe ich nämlich das dann mal rum da lassen müsst ihr nicht wenn ihr eine xxl folge sehen wollt schreibt einfach in die kommentare dann mal rum natürlich auch schon aber das verlange ich nicht vor wenn euch das video nicht gefallen hat was ist meine logik hier jetzt muss ich von dem zeug erstmal was umwandeln craften man ich will sich mit holzkohle machen was tut es denn dann nichts treff ich jetzt nicht ich will erstmal holzkohle machen es ist nacht das ist nicht gut ich werde ja ich habe viel erde da hin holz abbauen alle meine sachen weg es kann sein dass ich es wieder finde was ich überhaupt nicht glaube das glaube ich nicht aber hier war ich glaube schon mal das video habe ich ja gespenster gesehen dass ich das nicht ausgelöst ich muss run 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 so viele hündchen ich bin eine böse spinne run was ist das denn die lava run so hier wahrscheinlich das restliche video run machen oh man ich habe mich verlaufen dann war es auch schon wieder mit diesem video wenn es euch gefallen hat ja auf jeden fall werde ich immer wenn es euch gefallen hat lasst dann mal rum da im nächsten video mache ich weiter hier ist die lava so schön werde ich einen neuaufbau starten dann kann ich mir mein bett holen und macht's gut cheerio und ciao mit au mal 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 Vielen Dank.